willkommen in meiner küche heute habe ich für euch kuchen kuchen ohne backen und der heißt malakow kuchen und als erste kochen wir uns einen pudding weil der muss abkühlen und da sind die zutaten werden brauchen zwei eingelb vier esslöffel zucker zwei esslöffel vanilienzucker zwei esslöffel stärke drei esslöffel 200 milliliter schlag seine und eine und halb glas milch also das wird dann 300 milliliter milch ja und hälfte von der milch gebe ich in einen topf zusammen mit dem zucker und lasse ich auf kochen und und der restliche milch gebe ich die schlag seine dazu das eigelb und die beide mehl und vermische ich klumpchen frei wenn das milch anzug fängt an zu kochen gewicht das sahne milch mehl mischung dazu und kochen wir uns eine pudding daraus ja sondern gemisch ein bisschen festgeworden ist und wenn schon wenn es schon festgeworden ist schalte ich das feuer runter lasse ich noch noch ja so 30 sekunden auf dem herz stehen bis der paar bläschen sind und danach werde ich das umfühlen auf eine große teller decke ich mit frischhalte folie zu und lasse ich abkühlen und wenn der schon abgekühlt ist werden wir noch brauchen restliche zutaten für die buttercreme pudding buttercreme 250 gramm butter eine esslöffel zitronensaft und entweder nimmt sie eine esslöffel rum oder paar tröpfchen rum aroma ich auch hier beruhm aroma gehabt und ja davon nur paar tröpfchen weil das sehr intensiv im geschmack das pudding werde ich mir ein bisschen portionieren und der butter werden wir jetzt cremig schlagen oder rühren so lange bis es so weiss geworden ist also das butter das butter muss weich sein und jetzt gebe ich ja auch zweimal der das pudding dazu also portionweise das pudding dazu und werde ich so lange gemischen mixen bis da keine klumpchen mehr zu sehen sind von dem pudding wenn das butter mit pudding schon glatt geschlagen sind gebe ich das zitronensaft und paar tropfen von rum aroma also zwei drei tropfen nicht mehr weil das rum aroma sehr sehr intensiv im geschmack und das wird dann später nicht schmecken wenn das so intensiv ist wenn ihr rum habt normales rum dann fünf eine esslöffel und dann wird es gut ja okay das streiche ich mir glatt und teile ich auf zwei so halbiere ich das sag mal so auch und jetzt werden wir brauchen restliche zutaten da habe ich jetzt level bis gut 32 stück 50 milliliter orangensaft da habe ich mich frisch gepresst und entweder nimmt die 50 milliliter rum oder zwei bis drei tropfen von der rum aroma ich habe das rum aroma gehabt eine glas konfiture habe ich hier gehabt oder marmolade war das irgendwas festes brot aufstrich dann vier esslöffel mandelblättchen und paar amarettini glaube ich 15 stück werden dann reichen von den konfiture da habe ich mich so säuerliche genommen waldfruchte ja das war die mandel werden wir jetzt bisschen an rüsten auf die fahne ohne öl hier habe ich mir erhitzt und da muss man schon immer schwenken schwenken und aufpassen dass wir die nicht verbrennen weil wenn die verbrannten dann schmecken die dann bitte ja wenn die so ungefähr aussehen bisschen bräulich bräulich gebräunt vielleicht in eine schüssel weil die fahne ist noch die fahne ist noch heiß nicht dass die uns die mandel dann noch verbrennen ok da habe ich meine aussehbare form backform und jetzt werde ich sie die so einstellen ich werde mir erst mal 16 stück und die löffel bis gut da unten liege legen und dann mache ich die form ja so verkleinern ja genaue masse kann ich euch nicht sagen also ich habe nur nur so gezählt dass mir da 16 löffel bis gut passen und jetzt werde ich das ordentlich mit den orange saft befeuchten ich vergiss immer diese wort betrunken betränken betränken ja glaube ich also ordentlich ja hälfte von den und jetzt das gehe ich kleine klecks von dem konfitur also richtig richtig ganz kleine klecks da in die löcher und in den auf die kekse verteilen ganz ganz klein und dann verteile ich hälfte von dem buttercreme pudding buttercreme werde ich glatt streichen vorsichtig glatt streichen dann kommen nächste 16 löffel bis gut die erste reihe war die bessere bis gut und die zweite war schon die günstigste also wie man hier sieht sieht man schon den unterschied ok die werden wir auch betränken medien saft also das muss richtig gut betränkt sein richtig weil die sagen dafür das wasser also ja die brauche dann viel flüssigkeiten ok dann kommt wieder das marmolade oder die marmolade davon habe ich 250 gramm ja und obendrauf kommt wieder die die oder das keine ahnung die creme wird glatt gestrichen obendrauf werde ich zerbröseln paar amarettini kekse ja so grob zerbröselt bei mir war ja wollte nicht anders also je gröber desto besser ich habe so zehn stück habe ich gebraucht und obendrauf kommen die mandel und jetzt kommt das mindestens mindestens für vier stunden in den kühlschrank am besten über nacht wie immer bei mir ist immer über nacht im kühlschrank und am nächsten tag könig kann ich mit euch schneiden so sieht es aus ja ich habe hier große stücke geschnitten deswegen hatte ich glaube ich in neun oder zwölf aber ich habe richtig große stücke geschnitten naja weil ich wollte dass das schon auf dem foto aussieht ok das kuchen war sehr lecker süß aber sehr sehr lecker ja habe ich nicht mit euch probiert ok das war's schon ich hoffe das video hat euch gefallen ich wünsche euch viel spaß bei nachmachen und bis zum nächsten mal tschüss tschüss